Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Friedrich Weiz. In dieser Folge möchte ich euch den Befehl Outline zeigen. Das geht jetzt noch mal ein bisschen in diese Box-Darstellung hinein oder in dieses Box-Styling. Ich zeige euch am besten einfach erstmal, was das macht und dann schauen wir uns genauer an, wozu das gut ist. So, wir gehen erstmal hier wieder in unseren HTML-Code hinein und ich sage mal so, es ist ganz sinnvoll, wenn wir jetzt hier einen Teil wieder auch rauslöschen. Obwohl, naja, lassen wir das jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt erstmal hier in dieses P-Element hinein, in unseren zweiten Paragrafen, den wir hier definiert haben oder geschrieben haben. Ich gebe einfach an, Outline, Doppelpunkt, dann ein Pixel, dann Solid und dann einmal, was weiß ich, Red. Rot. So. Und ihr seht, das wird jetzt erstmal ganz genau wie so eine Rahmenlinie definiert. Und wenn wir das dann im Browser öffnen, jetzt gehen wir mal hier oben rein, laden das neu. Und dann seht ihr, der macht auch nichts anderes erstmal, als so eine Linie zu zeichnen. So, der erste Unterschied, den ihr feststellen werdet, ist, wenn ihr versucht, oben und unten und links und rechts einzeln anzusteuern. Das kann die Linie Outline nämlich nicht. Und das zweite, was ihr feststellen werdet, ist, wenn ihr eine Border definiert. Und wir machen das jetzt mal 1px und dashed und green. So, und das speichern wir jetzt mal ab. Und laden das. So. Es sitzt außerhalb von der Rahmenlinie. Das ist das zweite, was man so dazu sagen kann. Um das jetzt mal ein bisschen deutlicher zu machen, dann machen wir daraus jetzt mal 4px bei der Outline und 4px bei der Rahmenlinie. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie das jetzt aussieht. So sieht das aus. Also schön ist das zunächst erstmal, dass man einen zweiten Rahmen sich sozusagen setzen kann. Und jetzt verpassen wir dem Ganzen noch ein Margin, also eine Außenlinie. Und die Margin setzen wir auf 4px. So. Sehr viel passiert ist nicht. So. Das liegt einfach auch da dran. Ist ein bisschen reingerückt worden. Das seht ihr. Und wenn ich das jetzt nochmal rausnehme, Margin auf 0 setze, dann seht ihr, dass das zwar an den Seiten zurück rückt, aber nicht nach oben und nach unten. Was passiert hier? Passieren tut folgendes. Es setzt sozusagen einen Rahmen um die aktuelle Box herum und zwar um den Rahmen selber herum. Das heißt das Padding würde ich noch mit innen drin haben, aber sobald es einen Abstand gibt, also ein Margin gibt, wird diese Outline auf den Abstand drauf gezeichnet. Das heißt, die Outline wird nicht zu der gesamten Box dazu gerechnet und nur in dem Fall, in dem es hier sozusagen oben vorne und hinten tatsächlich der Rand, also dieses Border direkt am Rand sitzt, dann wird ganz außen noch die Outline sozusagen extra gezeichnet. Ansonsten sitzt die tatsächlich auf diesem Außenrand mit drauf. Und das kann man auch sehen, wenn man diese ganze Sache größer macht. Ich setze zum Beispiel mal die Outline auf 10 und den Außenrand auch auf 10. Und wenn ich das Ganze jetzt hier anzeige, dann seht ihr, hat der links und rechts keinen zusätzlichen Außenabstand. Das wird eben ganz von diesem Outline überzeichnet. So. Das hat verschiedene Funktionen, warum man das macht. Ich selber benutze es, muss ich sagen, ganz ganz selten, aber manchmal ist es gut, um sich bestimmte Sachen deutlich zu machen und zu gucken, wo sitzt das und wozu es zum Beispiel gut sein kann. Das zeige ich euch dann in dem nächsten Video. Jetzt möchte ich euch erst nochmal eine zweite Funktion, die mit Outline direkt zusammenhängt, zeigen. Erstens könnt ihr Outline auch aufteilen in die drei Komponenten. Das heißt, ihr könnt Outline-Color schreiben und dahinter die Farbe. Outline-Style und dahinter schreiben, ist es Solid oder ist es Dashed oder ist es Dotted und so weiter und so fort. Und ihr könnt Outline-Weight schreiben und dahinter dann die Dicke des Randes setzen. So. Das könnt ihr also einzeln definieren. Es gibt noch einen zweiten Befehl, der da nicht mit drin ist und zwar Outline-Offset. Und dahinter könnt ihr auch eine Zahl schreiben, zum Beispiel 5px. Und dann, wenn man das sich anzeigen lässt, sieht das folgendermaßen aus, nämlich so. Das heißt, hier wird das Offset, das ist sozusagen dieser Rand eigentlich auf dem Papier, wo dann noch irgendwelche Informationen für die Druckerei draufstehen, wenn ein Buch gedruckt wird. Das wird hier sozusagen in das HTML-Dokument eingefügt. So. Und dann kann es tatsächlich sein, wenn das Offset plus die Randdicke oder diese Outline-Dicke größer ist als der Außenrand, dass die Outline außerhalb von dem Außenrand zu liegen kommt. So. Und auch das kann ich euch zeigen. Ich mache mal den Offset auf, sagen wir mal 20. Wir werden jetzt mal so ein bisschen wüst. So. Und jetzt seht ihr, dass die Outline tatsächlich andere Elemente überdecken kann. Also das ist eben tatsächlich, um sich bestimmte Größenverhältnisse deutlich zu machen, ist das eine prima Sache. Und da werdet ihr das relativ häufig gebrauchen. Jedenfalls mir geht es so, dass ich das häufiger gebrauche dafür. Das ist also die eine Sache, die ich euch zeigen wollte, wie man Outline benutzt, um sich Render deutlich zu machen. Wozu es noch gut ist, das zeige ich euch im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt mal einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.